Was ist dein Lieblingsessen am Matchday? Nudeln. Nudeln mit irgendetwas? Ja, mit Soße. Ganz normal. Frage 2. Was ist dein Lieblingsband? SDP höre ich viel. Was ist dein Lieblingsvenue auf der europäischen Tour? Saarlandhalle. Das ist meine Heimat. Sindelfingen hat Tradition. Das ist eine schöne Arena, ja. Nummer 4. Was ist dein Lieblingsdarts-Fan-Gesang? Seit dieser WM, oh wie ist das schön. Im Alley Pally. Was war dein Lieblingsmoment auf der europäischen Tour? Das erste Mal ins Viertelfinale zu kommen in Belgien. Ich habe gut gespielt, habe mich so noch zur Europameisterschaft qualifiziert. Und das war so mein bester Moment. Nummer 6. Die letzte. Wer ist dein bester Buddy auf der Tour? Ja, eigentlich alle Deutschen. Martin, Florian. Ja, halt so ganz normal. Wir reisen halt zusammen. Wir fliegen zusammen. Wir teilen uns Taxis.